Hallo ihr Lieben und Willkommen zum Recap der zweiten Folge der siebten Staffel Game of Thrones und nachdem in der letzten Folge ja so ein bisschen mehr fortgesetzt wurde, was in der letzten Staffel bzw. der letzten Folge der letzten Staffel angefangen wurde und zwar die Figuren etwas mehr auf das Spielfeld, genauer gesagt nach Westeros zu bringen, geht es diesmal wieder etwas mehr in der Politik zur Sache und da ist natürlich einiges geboten mit in zwei großen Fraktionen, die sich da herauskristallisieren, von daher viel Spaß mit dem Recap der Folge 2 Sturmtochter. Sturmtochter ist nicht nur der folgende Titel, sondern gleich auch schon mehr oder weniger die erste Szene, denn ein mächtiger Sturm tobt über Drachenfels und Varys ändert sich bestens noch an die Nacht als Daenerys geboren wurde, weil der Sturm offenbar auch in King's Landing die Hunde die ganze Nacht heulen ließ und so weiter und so fort. Einmal kurz mal in meine Notizen gucken. Und Daenerys, die hat sich die Rückkehr auch mal so ganz anders vorgestellt. Die ist nicht so wirklich zufrieden und meint auch, ich habe mir das anders vorgestellt, würde lieber auf dem eisernen Thron auch sitzen, in Königsmund stattdessen hockt sie zwar in ihrer Heimat, aber in einer ziemlich verlassenen Heimat und will auch keine wohlwollenden Lügen mehr hören, wie sie ihrem Bruder Viserys immer gesagt wurde. Also dem wurde ja immer gesagt, ey, wenn du nach Westeros zurückkehrst, die Leute, die erwarten deine Rückkehr, die sind dann voll auf deiner Seite. Und das will Daenerys absolut nicht hören, weil sie dem Ganzen zu Recht nicht wirklich glaubt. Und Tyrion mahnt Daenerys in dem Zug, dass sie auch gerne in Königsmund sitzen würde, dazu keine Königin der Asche zu werden, also nicht das Land im Feuer versinken zu lassen, sondern das Land trotzdem so zu erobern, dass das Volk auf ihrer Seite ist. Aber da hat sie ja noch einen zweiten Berater im Moment und das ist der liebe Varys und der hat schon etlichen Königen gedient und auch Robert Baratheon unter dem, unter anderem die Attentate auf Daenerys eingeleitet hat, wo Varys denn ja auch so ein bisschen sagt, ich habe es damals nicht gewusst, ich wusste nur, dass du existierst, aber nicht wer du bist. Und er legt auch so ein bisschen seine politischen Absichten offen, zumindest behauptet er, dass das seine politischen Absichten sind und sieht sich eher als Diener des Volkes und Daenerys als Hoffnung für das Volk auf eine anständige Königin, die größte Hoffnung, die derzeit in den sieben Königslanden besteht. Und ja, er hat auch schöne Worte genommen, Unvermögen soll nicht mit blinder Treue belohnt werden, damit sagt er ihr schon mal direkt ins Gesicht, wenn du nicht diese Königin bist, die ich mir erhoffe, dann werde ich jetzt keine ungebrochene Loyalität zeigen, sondern dann bin ich auch so ein wenig dagegen. Und Daenerys sagt darauf, dass wenn er enttäuscht von ihr ist, dass er ihr das dann auch sagen soll und nicht irgendwelche Intrigen spinnen sollen, die sie dann reingerät. Und warnt ihn dann auch noch im gleichen Zug mehr oder weniger, wenn er sie enttäuscht, dann wird sie nicht davor zurückscheuen, ja, ihn bei lebendigem Leibe zu verbrennen. Das ist mal wieder so ihre harschere Seite, die sie so manchmal hat. Aber da kommt Melisandre in den Raum, ja, die rote Priesterin und wird natürlich daran erinnert, wie falsch sie ja schon bei Stanis lag, wie viel ihre Worte denn wert sind. Sagt ihr aber auch, dass sie sich einen sehr guten Tag ausgesucht hat, weil heute allgemein allen vergeben wird, die früher mal gegen sie gearbeitet haben. So eine kleine humorvolle Anspielung fand ich ganz toll. Und da kommt es zu einer kleinen Prophezeiung, die die Melisandre wieder mal aufführt. Und zwar hieß es da, warte mal, habe ich hier, ne, das war das Falsche, der verlorene Prinz verheißt die Dämmerung. Also quasi, dass ein verlorener Prinz zurückkehrt und einen Neuanfang bescheren soll, die Rettung bringt. Und da ist Daenerys noch nicht so ganz einverstanden, weil es Prinz heißt. Und da meldet sich dann Missandei und sagt, na, das ist so ein bisschen falsch übersetzt. Im Valyrischen, da gibt es kein männlich-weiblich, das ist neutral gehalten. Es kann also auch der Prinz oder die Prinzessin heißen, worauf Daenerys mehr oder weniger wortwörtlich sagt, diese Variante gefällt mir durchaus besser und deutlich zufriedener ist. Und sie selbst ist allerdings nicht die einzige Figur laut Melisandre, sondern es gibt da noch eine weitere wichtige Figur in der ganzen Geschichte. Und die ist Jon Schnee. Und das lässt den Tyrion so ein bisschen aufhorchen, der ja auch den Jon schon so ein bisschen kennengelernt hat. Und Melisandre sagt auch nochmal, redet mit Jon Schnee, was er jenseits der Mauer gesehen hat. Das wird sie interessieren, weil er hat Dinge gesehen, die sonst niemand anderes in Westeros kennt. Und dass ein Gespräch da sehr, sehr aufschlussreich wäre für diese große Gefahr, die da noch droht. Und Tyrion, wie er halt den Jon kennt, spricht dann auch so ein bisschen sein Vertrauen gegenüber aus, dass er ein Mann der Ehre ist. Und dann sagt Daenerys auch, hey, schreibt einen Brief mit einer Einladung. Allerdings soll Tyrion schreiben, dass er hochkommen soll, um der Königin das Knie zu beugen, was Tyrion auch schon so ein bisschen aufhorchen lässt. Und das auch nicht unbedingt das Beste verheißen mag, denn der Norn hat sich ja erst frei gemacht, dass die jetzt wirklich das Knie beugen. Das ist nicht so wahrscheinlich. Das könnte eine sehr, sehr interessante Geschichte noch werden, wie das wird, wenn Jon Schnee tatsächlich vorbeikommen sollte. Passenderweise kommt in der nächsten Szene auch schon der Rabe bei Jon an. Und ich finde es übrigens auch mal ganz lustig, dass Daenerys jetzt endlich auch Raben verschicken kann. Das hat sie ja zuvor auch noch nicht machen müssen können, wie auch immer. Jetzt benutzt auch sie das gängige Postmittel der Siebenkönigslande, und zwar den Raben. Und Jon bekommt den Brief, wo allerdings interessanterweise nichts drinsteht von diesem Kniebeugen, das Daenerys ja wortwörtlich gesagt hat. Ich glaube, Tyrion wusste, dass das nicht unbedingt der beste Anfang des Ganzen wäre. Und natürlich, der Brief ist ja von Tyrion geschrieben, aber die Frage ist halt, kann man wirklich sicher gehen, dass Tyrion ist? Und Jon zeigt den Brief auch Sansa, die Tyrion ja recht gut kennt und auch sagt, dass er durchaus von den Lannisters der ehrbarste ist. Also mittlerweile weiß sie tatsächlich zu schätzen, was Tyrion ihr gegenüber vom Verhalten an den Tag gelegt hat. Da war sie ja vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, das war etwas andere Einstellung gegenüber Tyrion, hat ihn ja richtig mies behandelt. Und jetzt sieht die Welt schon deutlich anders aus. Und wegen der Sicherheit, ob das wirklich Tyrion ist, hat Tyrion auch einen Satz reingeschrieben in den Brief, den nur Jon erkennen dürfte. Und zwar hat er da geschrieben, wo hab ich's? Alle Zwerge sind Bastarde in den Augen ihrer Väter. Das ist etwas, was er zu Jon im persönlichen Gespräch mal gesagt hatte. Mehr oder weniger die letzten Worte, die sie gewechselt haben. Und da wusste Jon dann gleich, ah, das ist der richtige Tyrion. Ebenfalls mit in dieser Erstbesprechung ist allerdings auch Davos, der den Brief generell als sympathisch bezeichnet. Allerdings im gleichen Satz dann auch sagt, dass die Erwähnung der zahlreichen Truppen, die Daenerys anführt, wiederum weniger sympathisch ist. Aber irgendwie kommt er dann auch zum Schluss, dass gerade diese Truppen dringendst gebraucht werden für das Problem, das sich da noch im Norden befindet. Für die Weißen Wanderer inklusive Gefolge. Und dass gerade die Drachen mit ihrem Drachenfeuer, wo Feuer ja sowieso das wirksamste ist neben Drachenstein hier. Drachenstahl, wie auch immer. Obsidian. Es wird nämlich wieder übergeschwenkt, nein, nicht nach Drachenstein, sondern nach Königsbund, wo sich die zweite große Partei rund um Cersei und auch Jaime befindet. Und die haben ordentliche Versammlungen geladen zu sich, um so ein bisschen Verbündete zu akquirieren. Unter anderem auch unter den Tyrell Lords. Unter anderem ist auch Randall Tarly mit dabei, der einer der ganz wichtigen ist. Und Cersei spricht da natürlich schön blumige Worte, dass Westeros heimgesucht wird von einer Armee, die größtenteils aus Barbaren besteht. Also die Erstgeborenen und die Dothraki, die sind damit gemeint. Und erinnert auch noch an den Wahnsinn, der den Targaryens zu eigen war und den auch Königsbund schon miterlebt hat. Was natürlich ein bisschen widersprüchlich ist, weil Cersei ja selbst erst kürzlich ihren Wahnsinn gezeigt hat, der auch zu besten Targaryen-Zeiten so hätte passieren können. Aber gut, aus ihrer Sicht ist das natürlich alles ein kleines bisschen anders. Und auf die Frage hin, was denn mit den Drachen ist, die ja eine ganz große Gefahr sind, gibt es da noch den Kyburn, Kyburn, wie auch immer, der sagt, dass im Moment durchaus eine Lösung gegen die Drachen in Kürze bereitstehen sollte. Allerdings ohne jetzt genau darauf einzugehen, was es denn ist. Aber das sollen wir noch in einer späteren Szene schon offenbart bekommen. Jedenfalls schnappt sich Jamie dann im Nachgang auch noch Randall Tarly und redet so ein bisschen mit ihm. Der Randall Tarly, der ist ein geachteter General, auf den viele Lords auch hören. Wenn der was sagt, dann hat das schon Gewicht. Und deswegen will Jamie noch mal so ein bisschen zur Rede stellen, wobei eher Jamie ein wenig zur Rede gestellt wird, weil Tarly dann auch noch mal darauf eingeht, dass es für sein Haus nicht üblich sei, während einer Hochzeit ein ganzes Haus auszulöschen und so. Also Anspielungen auf die rote Hochzeit und was dann nicht noch so alles passiert ist. Und dass die Taten ja doch etwas schwerwiegen. Aber Jamie kriegt ihn trotzdem wohl so ein bisschen auf seine Seite gezogen und stellt ihn dann vor die Wahl entweder gegen oder mit Königsmund. Und die Auflösung an sich wird noch nicht gezeigt. Aber es wird schon mal ein bisschen deutlich, Mensch, der Tarly, der ist generell trotzdem den Nennestest zugeneigt. Also könnte es sein, dass sie durchaus einige Tyrell-Anhänger trotzdem auf ihre Seite bekommen, obwohl das Haus Tyrell an sich auf völlig gegensätzlicher Seite steht. Schließlich geht es zu einem Ort, der in dieser Staffel irgendwie ein kleines bisschen mehr Relevanz bekommen hat. Und zwar nach Alte Sass. Und dort wird es sehr Jura Montmont von Sam und seinen Erzmeister, wo ich gar nicht weiß, ob der überhaupt schon einen Namen bekommen hat. Ich habe bisher noch keinen mitbekommen. Vielleicht habe ich den noch einfach verpasst. Aber auf jeden Fall ein geniales gespielt. Ich mag den alten Mann. Und da ist so ein bisschen Diagnose-Zeit. Und die fällt absolut nicht gut aus. Und zwar wird da gleich gesagt, oh, dich können wir leider nicht mehr retten. Da hättest du schon während der ersten Anzeichen den Arm abhacken müssen. Jetzt ist absolut gar nichts mehr möglich. Und der Jura sieht auch, Respekt an die Maske, ziemlich übel zugerichtet aus. Also da haben die Grauschuppen schon ordentlich zugeschlagen. Und die Diagnose lautet, auch zu leben hast du noch so 10, 20 Jahre. Das ist kein Problem. Also so viel älter wird Montmont sicherlich auch nicht. Ist ja nicht mehr der Jüngste. Aber wenn du auf deinen Verstand anspielst, da hast du nicht mehr so viel Zeit. Da sind höchstens höchstens so sechs Monate, wenn es hochkommt. Aber da du ein Mann von Stand bist, gebe ich dir noch einen Tag. Sonst hätte ich dich jetzt schon Richtung Altes Valeria geschickt in die Kolonie der Steinmenschen. Aber nein, du bist ein Mann von Stand. Du darfst noch einen Tag haben, in dem du deine Gelegenheiten klären kannst. Von daher alles andere als gute Aussichten in Serioras Sichtweise. Zurück in Königsmund spazieren Qyburn und Cersei derzeit in den Katakomben des Roten Bergfrieds, wo ja die ganzen Drachenköpfe auch ruhen aus Targaryenzeit und kommen unter anderem am großen Schädel von dem großen Drachen Valyrian vorbei. Das war noch einer vor der Zeit, wo die durch die Haushaltung immer kleiner und schmächtiger wurden. Also noch so ein richtig riesiger Schädel. Und Qyburn macht darauf aufmerksam, dass es in Meren, in Arena, durchaus gelungen war, mit Pfeilen und Speeren einen der Drachen zu verletzen. Wobei da auch unzählige Speere notwendig waren. Und hat dann daraus die Idee gehabt. Und stolz wie Oskar berichtet er, dass die besten Waffenschmiede der Stadt sich dran gesetzt haben, eine Waffe zu entwickeln, die das Ganze vereinfacht wird. Und zieht dann so Stoff weg, um eine riesige Balliste zu enthüllen. Wobei so riesig ist die auch nicht. Die erscheint mir trotzdem noch relativ normal. Aber er ist auf jeden Fall völlig stolz und bittet Cersei dann auch, betätige doch mal einen Hebel, schieß mal so ein Ding ab, was sie dann auch macht. Und tatsächlich auch im Stein macht es ordentlich Bums. Also Wucht hat das Ding offenbar drauf. Aber ist für mich trotzdem nicht so die Überwaffe. Da hätte ich mir schon so ein dickeres Ding vorgestellt. Und irgendwie wird man natürlich Assoziationen mit dem Hobbit nicht so ganz los. Wo Bart ja als Auserwählter, als Nachkomme seines Vaters, der zuletzt den Drachen Smaug verwundet hatte, dann auch an dieser riesigen Balliste den Schuss abfeuert, der den Drachen tötet. Vielleicht werden die da auch einen ähnlichen Moment haben, dass da noch ein Drache stirbt. Drei kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Oder es wäre so ein bisschen Dragonheart mäßig, dass der Drache dann einfach zack den Speer fängt von der Balliste und denn so tut, als würde der abstürzen. Nur, dass der Fluss dort hoffentlich tief genug ist, um zu versinken. Übrigens sehr schöner Film, auch wenn ich den lange nicht mehr geguckt habe. Dragonheart hat ein paar sehr amüsante Angelegenheiten. Ehenfalls steht Cersei jetzt offenbar mit einer Waffe gegen die Drachen da, von der wir erst noch, wenn es mal zum Kampf kommen sollte, was ich ja hoffe, dass das vielleicht Ende der Staffel noch passieren könnte, dass da durchaus vielleicht ein Drache drauf geht. Aber wir werden es sehen. Weiter geht es auch auf der Gegenseite, der direkten Gegenseite und zwar in Drachenstein, wo aus irgendeinem Grunde schon alle möglichen Verbündeten jetzt eingetroffen sind. Da ist Olena Tyrell, da ist Asha Graufreud und auch Ilaria aus dem Hause Mattel. Also quasi alle möglichen Verbündeten haben so schnell den Weg dorthin geschafft. Man merkt, dass Game of Thrones da ein ganz anderes Tempo anschlägt. Früher da haben die Wege sonst was lang gedauert. Jetzt sind in einer Szenenüberblendung ist auf einmal ein Brief da. Ein paar Szenen weiter in derselben Folge sind auf einmal ganz viele in das etwas unwegsam erreichbare Drachenstein gelangt. Finde ich selbst nicht ganz so schön, dass es derart flott und unkompliziert weitergeht. Aber auf jeden Fall interessant ist diese Zusammenstellung. Und die Olena Tyrell, die natürlich ihre Martery verloren hat, die ist absolut nicht gut drauf. Also die ist jetzt schon so ein wenig grantig und will unbedingt die Lannisters zerstören. Und Daenerys stellt trotzdem klar, sie will Königsmund nicht einfach mit einem Angriff zerstören, sondern wie Tyrion ihr empfohlen hat, nicht Königin der Asche zu werden, möchte sie Königsmund belagern. Und zu diesem Zwecke, auch wieder mal auf Tyrions taktisches Denken, soll die Belagerung nicht stattfinden durch die Erstgeborenen oder die Dothraki, sondern durch die Westerosi-Armee, wo dann gleich schon festgestellt wird von den Gästen. Ah, und diese Armee, die sollen wir offenbar stellen. Währenddessen sollen die Unbefleckten allerdings auch nicht untätig sein. Die sollen nämlich den Sitz der Lannisters angreifen, Casterly Stein, wobei die vermutlich noch nicht wissen, dass Casterly Stein auch nicht mehr die Edelstein-Mienen hat, die es mal hatte, wie wir ja schon gemerkt haben in vorigen Staffeln, sind die ziemlich pleite mittlerweile, weil offenbar die Minen versiegt sind. Werden die vielleicht noch merken, dass das nicht ganz so viel bringt. Die einzige Frage, die sich da stellt, wo zum Teufel sind die Dothraki? Denn die werden in der Besprechung so absolut gar nicht genannt. Es ist halt die Frage, ob sie als Blutreiter mehr oder weniger an Daenerys Seite irgendwo dann sind, als Leibwache vorerst. Keine Ahnung. Wobei ein grauer Wurm, der ist ja auch so ein bisschen Leibwoche von Daenerys, aber der wird vermutlich ja Casterly-Stein gebraucht. Also da sind Truppenbewegungen in alle Richtungen und mal sehen, wo die noch alles hinführen. Und am Ende hat Olenna noch ein kleines Einzelgespräch mit Daenerys. Vorher waren die ja alle so zusammen, aber Olenna wollte sie nochmal in persönlicher Angelegenheit sprechen und erzählt Daenerys dann auch, dass sie einen sehr schlauen Mann mit Tyrion an ihrer Seite hat, der sehr taktisch denkt. Aber dass Olenna auch schon sehr, sehr viele schlaue Männer gekannt hat und mittlerweile alle schlauen Männer tot sind und sie nicht. Und sie erklärt es damit, dass sie die schlauen Männer ignoriert hat immer und dass Daenerys gefälligst nicht ein Schaf sein soll, das ihren schlauen Männern folgt, sondern ein Drache, der die Schafe frisst. Und ich glaube, das macht mehr als deutlich, wie die Olenna jetzt auch drauf ist. Also die hätte tatsächlich, glaube ich, mehr so einen radikaleren Kurs von Daenerys. Welchen Einfluss sie hat, keine Ahnung. Aber ich glaube, von der Olenna können wir noch einiges erwarten. Noch immer in Drachenstein, aber deutlich romantischer geht es zwischen Grauer Wurm und Missandei zu. Denn da bahnt sich ja schon länger eine kleine Liebesgeschichte an, die ich zwar eigentlich gar nicht so nötig jetzt für die Story finde, aber ist halt toll, um mal so ein bisschen einer ehemaligen Sklaven und so einem Erstgeborenen, was ja auch nichts anderes als ein Sklave ist, so ein bisschen Leben einzuhauchen, wie die ihr Leben meistern, nachdem sie ein völlig anderes gewohnt sind. Und da kommt es zum großen Abschied, denn Grauer Wurm soll ja nach Kasterlystein tatsächlich und will sie von Missandei verabschieden und gesteht ihr dabei quasi seine Liebe, wobei er das erst so ausdrückt, dass Missandei im ersten Moment nicht ganz so begeistert ist. Denn Grauer Wurm spricht davon, dass sie seine Schwäche ist. Da ist sie so ein bisschen, äh, Schwäche. Aber dann erklärt er ihr genauer, warum sie das ist. Dass er einer der wenigen war in seiner Ausbildung, die von ihm etwas Angst hatten. Und alle Erstgeborenen, die bekamen die Konfrontation mit ihrer Gefahr, sei es, dass einer Angst vor Hunden hat, dann wurde er wilden Hunden mehr oder weniger zum Fraß vorgeworfen und entweder er überlebt oder nicht. Und all so eine Scherze. Und Grauer Wurm war zwar nie der kräftigste, nie der geschickteste, aber der mutigste. Er hatte vor nie etwas Angst. Und jetzt mit Missandei hat er plötzlich Angst. Und zwar um sie. Und, äh, fühlt halt diese Schwäche. Und diese Erklärung, die scheint dann Missandei dann doch wieder richtig zu besänftigen und in eine ganz, ganz romantische Stimmung zu versetzen. Äh, und sie beginnt dann sich zu entkleiden. Will aber auch Grauen Wurm dann nackt sehen. Und da hat er so ein bisschen, das ist dann auch offenbar so ein bisschen seine Schwäche, so ein bisschen Scham, die sich da einstellt. Und zuerst ist er so dagegen und sagt, ah nein, das willst du nicht sehen. Das ist nicht schön. Aber Missandei ist das völlig egal. Und ja, er ist halt ihre Schwäche. Äh, sie ist halt seine Schwäche. So war das. Und so überredet sie ihn dann doch noch. Und dann kuscheln die schön auf dem Bett rum. Und es ist eigentlich eine sehr schöne Szene, die gut in Szene gesetzt wurde. Also es hätte peinlich werden können. Wurde es aber zum Glück nicht. Also da wurden die Gefühle auch von Grauer Wurm vor allem. Den fand ich richtig gut gespielt bei der Sache. Da merkt man so richtig, wie er sich mit dieser neuen Situation, dass er verliebt ist, ähm, so langsam erst zurechtfinden muss. Und äh, wie er Angst hat, Missandei zu enttäuschen, als ich ihr dann halt doch hingibt. Und mal sehen. Das Problem ist, es könnte so ein dauerhafter Abschied sein, weil man ja nicht weiß, was passiert. Die Macher, die pushen ja gerne so ein bisschen die Bindung zu Charakteren mit dem Zuschauer. Erstmal schön zusammen, damit die dann so pam irgendwie die große Explosion machen können. Und alles zugrunde geht. Und dann der große Aufschrei, oh, die haben sich doch gerade erst, ähm, gefunden. Warum tötet man denn den Charakter? Das kann natürlich alles passieren. Hoffen tue ich es nicht. Aber ich rechne damit, dass sowas passieren kann. Vielleicht fällt dir auch Missandei irgendwas zu Opfer. Dass Grauer Wurm zurückkehrt und auf einmal ist Missandei gar nicht mehr da und Grauer Wurm fällt in tiefe Depressionen, weil er nicht da war, um sie zu retten, zu beschützen. Wissen wir es. Da kann durchaus noch so ein bisschen Emotionen passieren. Wie gesagt, keine Szene, die jetzt wirklich relevant für die Story war, aber schöner Fluff so nebenbei, den man gerne mal schaut. Weit weniger romantisch geht es dann allerdings in Alsace weiter, wo Samuel mit seinem Erzmeister, dessen Namen ich nicht wirklich weiß und auch nicht weiß, ob der überhaupt einen hat, durch die Bibliothek tingelt und ein paar Bücher einsammeln, weil der Erzmeister wohl wieder ein neues Buch schreiben will. Und dabei palabert er so ein bisschen darüber, was alles wichtig ist, eine Ausarbeitung zu schreiben und wie gut diese und jene Arbeit von ihm war. Und Sam kommt gar nicht zu Wort, eigentlich nur von dieser Heilmethode erzählen will, weil seit er weiß, dass es sehr Joramomont ist, also ein Verwandter seines ehemaligen Dienstherren mehr oder weniger, ist ihm das Ganze echt eine Herzensangelegenheit geworden. Und es dauert so richtig. Also die nutzen mal wieder das komödiantische Talent aus und lassen den Sam so ein bisschen erst mal auflaufen, will die ganze Zeit zu Wort kommen. Ganz lustig gemacht. Und am Ende schafft Sam es denn tatsächlich, ihn auch mal auf dieses Buch anzusprechen, was von Erzmeister Pylos geschrieben sein soll, der jetzt nicht wirklich relevant für die Geschichte ist. Aber zumindest da weiß ich den Namen, wenn auch nicht vom Erzmeister, der den Sam unterweist. Vielleicht wisst ihr ihn ja, dann könnt ihr ihn ja gerne mal hier in die Kommentare reinschreiben. Ich wäre sehr dankbar drum. Aber Sam bekommt gesagt, diese Heilmethode ist viel zu gefährlich und nicht nur das, sondern der Erzmeister weist Sam auch noch darauf hin. Na, weißt du, woran Erzmeister Pylos gestorben ist? An den Grauschuppen. Das ist auch wieder so ein kleiner komödiantischer Moment, auch wenn die Situation selbst natürlich völlig ernst ist. Aber es ist halt Sam, da baut man gerne mal den einen oder anderen Gag ein. Und ja, Sam ist das egal. Auch wenn gesagt wird, die Methode ist zu gefährlich und wurde deswegen seit Jahren nicht mehr durchgeführt. Und den kümmert es nicht und er geht dann zu Sayora Momont und teilt ihm dann mit, hey Momont, du stirbst heute nicht, dafür sorge ich. Und breitet dann so das gesamte chirurgische Besteck mehr oder weniger aus, gibt ihm einen Rum und was zum Draufbeißen, weil Sayora gefälligst nicht schreien soll, damit niemand darauf aufmerksam wird, weil Sam nicht die Erlaubnis dazu hat. Und da kommt dann auch ein schöner Dialog zwischen den beiden, wo Sam erst mal sagt, ey, du darfst nicht schreien. Und Sayora dann irgendwann sagt, habt ihr das schon mal gemacht? Und Sam dann einfach so sagt, nö, hab ich noch nicht, aber wird schon irgendwie werden. Steht ja alles hier im Buch beschrieben. Und das finde ich so ein bisschen fragwürdig, weil Sam hat ja eigentlich so gar keine medizinische Ausbildung genossen. Das bisschen, was er vielleicht auf der Mauer gelernt hat und vielleicht auch schon erste Sachen jetzt in der Zitadelle. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er Heilmethoden anwenden kann, die erfahrenen Meistern, die richtig gebildet sind in der Heilung, zu gefährlich erscheinen. Und was ich noch lustig finde, ist die Tatsache, dass Rum genommen wurde und nicht der allseits beliebte Mohnblumensaft, wo ich mich auch frage, ist der Saft ausgegangen? Müssen die jetzt auf Rum zurückgreifen? Aber gut, Sayora wird schon darum, denke ich mal, nicht schlecht bekommen. Und so legt Sam dann los. Und was soll ich sagen? Es ist wohl eine der ekligsten Szenen, ich weiß nicht, ob überhaupt in Game of Thrones. Man hat ja schon viel gesehen mit Blut und Co. Aber wie Sam denn, der sagt erstmal, was er überhaupt machen will. Und zwar laut der Heilmethode soll sämtliches äußeres Gewebe, das betroffen ist, abgetrennt werden und eine Salbe aufgetragen. Und schon beim ersten Reinstechen mit dem Skalpell quillt so richtig dieser schön gelbliche Eiter hervor. Das ist richtig eine Wucht, wie er dann auch so Stück für Stück das Ganze abzieht. Und dann Sayora auch noch nebenbei sagt, ich sagte doch, du sollst nicht schreien, sei mal gefälligst leiser. Da ist er doch ganz schön tough, unser Sam, wenn es drauf ankommt. Hat er noch bei den Bettpfannen kotzen müssen? Das kriegt er mit richtig Selbstsicherheit hin. Und macht sich dann so dann wirklich das Ganze so in einer großen Schicht abzutragen. Und hat dann irgendwie ein anderes Werkzeug, wo er da so schön mit reinpiekt. Und genau in dem Moment kommt eine wahnsinnig geile Überblendung zur nächsten Szene. Denn gerade wo Sam in diese schöne, eklige Wunde rein sticht, sticht auch eine Gabel in einem uns bekannten Gasthaus in eine schöne Pastete rein, wo auch so alles schön so rausquillt. Und es passt einfach vom Übergang eins zu eins. Und ich bin Fan solcher Übergänge. Und wie gesagt, es ist nicht irgendein Gasthaus. Es ist das Gasthaus am Kreuzweg, wo heiße Pastete arbeitet. Und die Person, die da gerade futtert, das ist niemand anderes als Aya. Und heiße Pastete, wie wir ihn kennen, der redet dann erstmal schön übers Kochen, was wichtig ist, was viele nicht bedenken. Aber er natürlich als guter Koch richtig gut kann. Und da kommt es auch zu einer sehr, sehr ulkigen Szene, wo Aya dann sagt, ja, ja, ich weiß, dass das wichtig ist. Und heiße Pastete dann fragt, du hast auch schon Pasteten gemacht? Und Aya dann sagt, jo, so ein, zwei Stück. Und das erinnert so ein bisschen an die Pastete, die Aya damals dem lieben Walder freigemacht hat. Eine Pastete mit viel Persönlichkeit drin. Für mich jedenfalls wunderbarer Dialog. Und die beiden, die kommen natürlich schön ins Gespräch. Heiß Pastete fragt dann auch Aya, ob die Frau, die nach ihr gesucht hat, also Brienne, ob sie fündig wurde, ob sie die getroffen hat. Worauf Aya natürlich sagt, ja, hat sie. Aber mehr geht sie darauf auch nicht ein. Und dann fragt heiße Pastete auch, ey, wohin bist du denn eigentlich auf dem Weg? Und da sagt Aya natürlich ehrlich, wie sie ist, Königsmund, weil er ja auch Cersei sein soll. Und abermals humorvoll wäre es denn auf die Erwähnung, dass Cersei ja offenbar große Explosionen verursacht haben soll. Und wer macht denn sowas? Und Aya dann trocken sagt, Cersei macht sowas. Und heiße Pastete sich dann allerdings wundert, warum sie nicht auf dem Weg nach Winterfell ist. Aya meint darauf, Winterfell ist ja eh von den Boltens obert worden. Und dann, was soll ich da? Heiß Pastete meint dann, nein, das ist nicht so, wurde zurückerobert. Jon Schnee ist jetzt dort der Herrscher als König des Nordens. Und da tingelt es bei Aya so richtig und sie kommt so in Gedanken, die sie sofort aufbrechen lassen. Da wird einem schon klar, na, wird sie weiter nach Königsmund gehen? Oder geht es nicht doch wieder nach Hause, weil sie so abrupt aufgebrochen ist? Und das soll sich später dann auch nochmal aufklären. Und wenn wir schon bei Jon sind, der hält gerade ein Meeting und zwar mit den großen Lords wieder, wo er darauf ansprechen will, dass er wieder einen Brief bekommen hat. Diesmal den aus der Zitadelle von Sam, wo dann drin steht, dass in Drachenstein große Vorräte an Drachenglas sein soll. Und im gleichen Zug zeigt er auch den anderen Brief, den er kürzlich von Daenerys bekommen hat, wobei da auch schon ein paar Tage wohl zwischen waren. Das zeigt nochmal das Tempo, das sich ordentlich Wumms drauf bekommen hat. Und meint dann, dass er eine Einladung hat und dieser auch zu folgen gedenkt. Und das gibt erstmal wieder Worte von den Herrschern, was heißt Herrschern, Untergebenen, die nicht so ganz begeistert davon sind. Einer meint dann, Daenerys will die sieben Königslande erobern und der Norn ist zufällig auch ein Teil der sieben Königslande. Sie wird davor sicherlich nicht zurückschrecken. Ein anderer merkt an, äh, Targaryen, den kann man doch sowieso nicht trauen, erinnere dich an den irren König. Und tatsächlich meldet sich auch Lyanna Mormont zu Wort und sie hat ja vorher eigentlich Jon immer unterstützt. Diesmal merkt sie aber auch kritisch an, dass er der König des Nordens ist und auch im Norden deswegen sein sollte, um dort seinen Leuten zu helfen. Und da meint Jon dann, ah, ich bin König, obwohl ich es nicht sein wollte, wobei ich die Worte ehrlich gesagt richtig doof finde. Es ist das Schlimmste, was man sagen kann, wenn man Autorität ausstrahlen wollte, wenn man sagt, ich wollte das sowieso nicht. Er mildert es denn aber ab, dass er trotzdem diese Aufgabe annimmt und den Norden, nicht den Morden, oder Mordor, mit seiner letzten Kraft beschützen wird, äh, soweit es in seinen Kräften liegt. Er merkt aber auch an, dass er dafür Verbündete braucht, mächtige Verbündete, weil er alleine mit den Lords, die da sind, dass die der Bedrohung, die er im Norden gesehen hat, dass die dem nicht Herr werden können. Und dass er deswegen unbedingt hin muss und, äh, will dann auch tatsächlich Daenerys aufsuchen und gibt damit die Herrschaft über den Norden erstmal an seine Schwester Sansa weiter. Was erstmal ein kleiner, schöner Vertrauensbeweis ist, aber halt auch ein Stark in Winterfell. Ihr kennt die Geschichte, ja. Ganz wichtig ist, dass wirklich Sansa als Stark da bleibt. Ähm, interessant ist, dass Kleinfinger auch bei den ganzen Gesprächen mit dabei ist und da gibt es auch noch ein Gespräch zwischen Kleinfinger und Jon in der Krypta, wo er bei den Gebeinen seines Vaters ist, wo Kleinfinger noch sagt, ja, ich, ich hab die selbst hergebracht und allgemein, äh, versucht er Jon, glaube ich, bewusst zu reizen, weil er spricht ihn auch, ähm, darauf an, dass, äh, Sansa wirklich mag, wie er auch Kat, äh, also Kat, äh, Stark gemocht hat und, äh, ist auch nicht müde zu erwähnen, dass Katelyn Jon nie wirklich mochte. Finde ich auch sehr schöne Spitze gegen ihn. Und spricht halt auch nochmal von seiner Liebe zu Sansa und reizt ihn so richtig, bis Jon ihm eine Drohung ausspricht, ihn zu töten, wenn er auch nur einen Finger an Sansa anlegen sollte. Und damit ist auch da ordentlich Spannung drin, die verstanden sich ja nie wirklich gut, aber ist ein bisschen offensiver Punkt. Interessant wird es hier wirklich, inwiefern Sansa Kleinfinger weiterhin klein halten kann oder ob sie doch wieder so ein bisschen seinen Ideen erliegt, denn man sieht auch am Ende der Szene wieder, in Kleinfinger arbeitet es. Der hat wieder irgendetwas vor. Ich weiß nicht was, aber ich vermute, dass es ziemlich übel werden könnte, weil Kleinfinger seine ganz, ganz eigenen Pläne zur Herrschaft hat. Und da bin ich mehr als gespannt, was da noch kommen mag. Lange kann es nicht mehr dauern. Ich glaube, irgendwann schaut er nicht mehr zu. Irgendwann kommt die Handlung so mitten aus dem Nichts. Und vielleicht auch gegen Sansa, wenn er bemerkt, dass die Liebe auf Dauer unerwidert ist. Ich weiß es nicht. Aber ich vermute eher, dass er Sansa versucht, irgendwie gegen Jon vielleicht auch aufzulehnen, gegen Daenerys. Und dann könnte es richtig stark interne Probleme auch noch geben. Dann kommt die erste Szene, die in den Social-Media-Kanälen richtig für Action gesorgt haben. Und zwar ist Arya im Wald, ganz offensichtlich weiter nördlich nun unterwegs. und während einer Rast wird sie von einem Rudel wilder Wölfe umringt und hat absolut gar keine Chance, irgendwie da zu entkommen. Und plötzlich erhebt sich so ein ganz riesiger Wolf. Also der überragt Arya nicht nur aufgrund der erhöhten Position um einiges, sondern das ist ein Wolf Sondergleichen. Und es braucht nicht viel, um herauszufinden, dass es Nymeria sein muss, Aryas Wolf, den sie zur eigenen Sicherheit ja weggeschickt hatte. Und auch Arya scheint sich daran zu erinnern. Und es gibt so erste Annäherungsversuche und sie bittet Nymeria, Mensch, ich möchte zurück nach Winterfell, willst du mich nicht auch begleiten? Willst du auch zurückkehren, wo wir gemeinsam herkommen? Und ja, ich habe die ganze Zeit so angespannt da gesessen, weil ich jetzt auch Game of Thrones zugetraut, dass es auf einmal so Raps macht und Arya war mal Arya. So ein richtig spektakulärer, unspektakulärer Tod, wie er unsinniger nicht sein kann. Aber es passt halt zu Game of Thrones. Ist allerdings nicht der Fall. Der Blick des Wolfes, soweit man das sagen kann, wird so ein bisschen milder, trauriger, wie auch immer. Und schließlich wendet sich Nymeria ab und das Rudel folgt ihr. Und dann kommt die interessante Zeile von Arya, die so für Aufsehen gesorgt hat. Denn als Nymeria geht, murmelt sie so mehr oder weniger zu sich selbst, das warst nicht du. Und da ist die große Frage gewesen, sagte sie das zu Nymeria? Oder sagt sie das zu sich selbst? Und da ist sie jetzt völlig offen, ob sie tatsächlich nach Winterfell geht oder ob sie bemerkt hat, diese Arya, die zurückkehren will, die gibt es nicht mehr. Vielleicht gehe ich doch meine eigenen Wege. Wobei ich mir das auch nicht vorstellen kann. Ich glaube, sie geht weiter nach Winterfell. Aber es ist jetzt doch wieder so ein bisschen das Fragezeichen, wie es bei ihr weitergeht. weil diese Aussage, das warst nicht du, die kann auch auf sich selbst bezogen sein. Und wir wissen noch nicht den Kontext, ob sie mehr die Arya sein will oder ob sie mehr die Rächerin sein will. Wir haben absolut keine Ahnung, wie es da weitergeht. Und da wird leider auch erst die nächste Folge, falls Arya da vorhanden ist, aufklären, wie es weitergeht. Denn weiter wird nicht gezeigt, in welche Richtung Arya aufbricht, wo sie ankommt oder so. Das erfahren wir erst später. Und dann kommen wir auch schon zur Schlussszene, die trotzdem auch gleich wieder die zweite Szene ist, die ordentlich für Furore im Internet gesorgt hat. Aber auf etwas andere Art und Weise als noch die Sache mit Arya. Und zwar sind wir hier so ein bisschen auf See im Schiff von Asha und sie hat Elaria und die Sandschlangen mit an Bord. Und die Sandschlangen fängt erstmal an, dass die sich so ein bisschen kappeln, ein bisschen streiten, wer welchen Gegner bekommt, wer den Berg bekämpfen soll und was nicht alles. Die streiten nicht so richtig und dann kommt es zu einer, ja man kann es humorvoll oder auch etwas lächerlich sehen, wo dann so kommt, Mama hat gesagt und dann ärgern die anderen Sandschlangen Mama, Mama. Hat manche genervt, habe ich mitbekommen, ich fand es jetzt eigentlich ganz drollig, sollen die sich doch mal so ein bisschen kappeln, ich meine, sind Schwestern. Klar, sie sind Tötungsmaschinen, das ganz klar, aber sie sind auch Schwestern und ich finde das eigentlich ganz drollig, wenn die sich so ein bisschen gegenseitig necken und sich streiten, wer wen töten darf, warum nicht? Auf der anderen Seite spricht Asha gerade mit Ellaria über ihre Pläne und dabei wird Theon so ein bisschen rumgescheucht, hol mal Weing und so, Asha sagt, ah, das musst du nicht machen und Ellaria Sand fragt dann, was Theon überhaupt für eine Funktion hat, die sieht ihn offenbar als völlig nutzlos an und Asha meint dann, dass er ihr Beschützer wäre und da wird Ellaria richtig forsch und macht sich so ein bisschen an Asha ran mit Worten so zwischen Erotik und Drohung streichelt sie Asha macht ihre Beine schon so ein bisschen breit und meint dann so, aber sollte ein Beschützer da nicht näher stehen, um sie vor Invasoren zu schützen und gerade so als da dieses gewisse Knisten auf dem Höhepunkt ist, kommt tatsächlich der Höhepunkt und es macht einen riesigen Rums und auf einmal tobt eine mächtige Schlacht offenbar wird die Flotte von Asha angegriffen und man sieht draußen angekommen ein gigantisches Schiff drauf zusteuern auf das von Asha und nicht nur ist es gigantisch als es dann angekommen ist knallt dann so die Galleons Figur mit so einem riesigen Bums runter aufs Deck und Euron springt runter also so ein richtig richtig fetter Auftritt den ich deutlich besser finde als sein Auftritt noch damals in Königsmund in der letzten Folge da hat er richtig so badass mäßig seinen Auftritt hat auf Stil Stil und auch die ganze Schlacht die ist mit ordentlich Feuer und Co heftiger Kampf der allerdings etwas aussichtslos wirkt weil tatsächlich Aschers Flotte so ein bisschen sehr in der bedrängende scheint gegen eine Übermacht was ich zugegeben richtig dämlich finde also ich bin kein Fan davon von dieser Story Entwicklung dass Euron innerhalb kürzester Zeit die größte Flotte der ganzen sieben Königslande auf die Beine gestellt hat wenn nicht gar der Welt das finde ich mehr als wahnwitzig die Idee dass er das innerhalb so kurzer Zeit geschafft haben soll und auch die Tatsache dass er mit so einer Flotte immer sneaky mäßig einen Überraschungsangriff starten kann finde ich nicht so toll aber die Schlacht selbst die ist geil inszeniert und auch ziemlich clever denn die ganze Schlacht fokussiert sich mehr oder weniger auf dieses eine Schiff funny fact ich habe ja in der letzten Folge gesagt dass sicherlich noch eine große Seeschlacht bald anstehen wird ich lag richtig nur früher als gedacht und es ist halt wirklich auf ein Schiff fokussiert man sieht zwar im Hintergrund auch noch die ganzen anderen Schiffe aber da haben die sich echt so ein bisschen Mühe gespart nehmen sie die halt nur im Hintergrund mit ganz ganz viel Feuer weil das ein Angriff in der Nacht ist Game of Thrones ist ja sowieso sehr bekannt dafür Feuer noch und nöcher zu verwenden und so auch in dieser Schlacht und Euron der kämpft wie ein Berserker kann man nicht anders sagen das soll die neue Kampfmaschine werden der allerdings auf so richtig übel eklige Art kämpft also das ist echt so eine Bestie aller Mountain und nebenbei noch mit einem richtig ekligen Charakter soll vermutlich Joffrey und unseren Volterknecht Ramsey ersetzen habe ich zumindest einen Eindruck und der tötet einem nach dem anderen so mitten im Kampf teilweise auch ganz beiläufig während des Kampfes tötet er dann auch zack Obara weg zack Nimeria weg zwei von drei Sandschlangen eh mal tot und mitten im Kampf mit den Sandschlangen tötet er noch andere nichts kann ihm was anhaben er ist hier King of the Kampf vielleicht etwas zu übermäßig dargestellt aber auf jeden Fall geil inszeniert da kann sich manch Hollywood Film echt was von abschneien vor allem halt auch mit den ganzen Flammen drumrum die ganzen Funken die so fast schon so rieseln wie halt so ganz leichte Asche die so zu funken wird also ganz gut gemacht und unter Deck kommt es derweil zur Gefangennahme von Ilaria und über Deck auf dem Deck wie auch immer da kommt es zum großen Familienaufeinandertreffen Aschark gegen Euron und man merkt ganz schnell Euron hat die Nase vorn der geht allerdings auch aggressiv voraus der macht ja keine Verteidigungsaktion oder so der greift einfach nur frontal an mit seiner Waffe und schafft es dann auch Aschark sehr sehr schnell äh dann tatsächlich zu stellen und ähm ja gefangen zu nehmen Theon ist dabei und sieht das Ganze und ja Euron gemein wie der ist hält Ascher und sagt zu Theon ey Junge wenn du sie zurückhaben willst hol sie dir und dann kommt dieser Augenblick der wohl noch für ganz ganz viele Memes im Internet sorgen wird weiterhin und zwar schaut Theon da äh so völlig er weiß nichts mit sich anzufangen schaut panisch umher als wenn ihm irgendwer helfen könnte kann aber natürlich niemand und man merkt so richtig diese ganze Hilflosigkeit dieses arme Wesen äh was er noch immer ist und ähm da verlässt ihn dann auch der Mut und anstatt Aschark zu retten nimmt er auf einmal kleinen Anlauf und springt vom äh Schiff runter was den Euron ordentlich auflachen lässt und ja Aschark so ein bisschen eine Träne ins Gesicht treibt wobei ich nicht weiß ob sie mit dem Handeln einverstanden ist weil effektiv hätte Theon versucht sie zu retten wäre sie auch tot und am Ende der Szene sieht man wie die Schlacht vorüber ist und ähm ja die Schiffe ganz ruhig treiben keinen Leer mehr und ein Theon der im Wasser ist offenbar das Ganze überlebt hat und an einer Galleonsfigur sieht man jemanden hängen die Frage ist ist das Aschark jetzt oder irgendwie nur jemand x beliebiges jedenfalls scheint Theon das Ganze überlebt zu haben die Frage ist jetzt nur was wird mit Theon weiter geschehen also verstehen kann man seinen Handeln auf jeden Fall er ist halt so vom Geist zugerichtet worden ich kann es ihm echt nicht verdenken dass er mit der Situation dann völlig überfordert war die Frage ist nur wird so ein bisschen Ehrgeiz in ihn geweckt will er Rache ausüben und sich damit quasi auf die Seite von Daenerys nochmal selbst widerschlagen um trotzdem weiter zu kämpfen oder findet er ein ganz anderes Schicksal begeht er gar Selbstmord ich hab keine Ahnung aber bei ihm ist auch dieses große Fragezeichen wie geht es weiter und was ist eigentlich mit Asha und ja auf dem Meer da ist jetzt nicht mehr viel Macht übrig für Daenerys da müssen die sich mit ihrem Fährverkehr zwischen Drachenstein und dem Festland so ein bisschen nochmal umschauen aber ich glaub ein Großteil der Truppen ist auch auf dem Festland von daher sollte das nicht das Problem sein und Euron muss man mal erstmal schauen was die überhaupt an Land für eine Macht haben die großen Kämpfe die werden ja eher an Land stattfinden und dort sind ja die Eisenmänner dann gar nicht mehr so die übermäßige Gefahr ja was bleibt von dieser Folge natürlich ist die Schlacht am stärksten in Erinnerung weil sie halt so opulent inszeniert wurde mit geilem Feuerspiel und ordentlich Bums hinter aber es sind natürlich auch diese feigen politischen Spiele die sich da abspielen die Situation um Seriora ob Sam als Nichtmediziner das tatsächlich schaffen sollte ihm zu helfen weil man muss ja auch das gesamte Gewebe und man muss das überleben und ich kann mir nicht vorstellen dass das alles ist weil wenn das als gefährliche Methode angeht dieses Gewebe abziehen das kann jeder drittklassige Mediziner offenbar das kann ich mir nicht vorstellen dass das als unmögliche Methode gilt von daher mal sehen was daraus wird man hätte ihn auch zu Keyburn schicken können das ist ja der der am wenigsten Probleme damit hat der hat den Berg schon hinbekommen die niemand geglaubt hat der hat Jamies Hunt hinbekommen wurde damals auch aus der Zitadelle entlassen weil er Methoden angewandt hat die nicht so ganz üblich waren allerdings natürlich Seriora Momont ist in Ungnade gefallen dem hätte man wohl nicht mehr geholfen von daher ist er in der Zitadelle schon richtig und Sam wird das schon irgendwie hinbekommen was interessant wird ist wenn Jon nach Drachenstein ankommt wie Daeneres reagieren wird ob sie ihn tatsächlich aufs Knie zwingen will ob Jon irgendwie bereit wäre wie die Lords reagieren da sind auch ganz 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 viele Fragezeichen und ich denke in der nächsten Folge geht es mit den politischen Spielereien noch etwas weiter interessant wird mit Olena und Co Ilaria und Asha die sind ja jetzt erstmal wieder weggefallen aber ob die Verbündeten ob das alles so harmonisch abläuft da ist ganz viel Reibungspotenzial innerhalb der einzelnen Fraktionen auch mit den Tyrells diese stehen ja auch nicht völlig hinter den nicht Tyrells Tali der steht ja auch nicht zwei großen Parteien die jetzt den Krieg führen nicht mehr viele kleine dass da noch einiges an Zunder drin sein wird und natürlich die große Frage was machen die weißen Wanderer ich bedanke mich jedenfalls dass ihr zugeschaut habt und hoffe ihr seid auch beim nächsten mal dabei wenn es wieder heißt Recap von Game of Thrones schreibt eure und gegebenenfalls auch in den nächsten Folgen aufzugreifen Tschüssikowski So who are you that proud lord said that I must bow so low only a cat of a different code that 's all the truth I know in a code of gold or a code of red a lion still has claws but mine are long and sharp my lord as long and sharp as yours and so he spoke and so he spoke that lord of cast a meal but now the rains reap all his soul with no one there to hear yes now the rains reap all his soul with not a soul to hear that he have not but he no Untertitelung des ZDF, 2020